Dr. Nost, vielen lieben Dank, dass Sie dabei sind. Das bedeutet mir so viel. Das ist die letzte Klassenfahrt für mich und für die 12c und auch die letzte Chance, mich als Lehrerin zu beweisen. In der Hoffnung, dass ich nicht gekündigt werde. Die Schüler sind so wild wie noch nie zuvor. Ich habe sie nicht mehr unter Kontrolle. Frau Bra, beruhigen Sie sich. Wir schaffen das. Ich bin Dr. Immanuel Napoleon Bonaparte-Lost. Das ist der letzte Rennistik-Fahrer seiner Sendung. Geht jetzt doch einfach mal, einmal raus. Hilfe, Hilfe, nein! Das ist eine neue Mitschülerin. Mit der muss ich in mein Zimmer. Das heißt ja, dass die in diesem Bett hier sexen. Irgendwie siehst du schon damit aus wie eine Arschgeige. Siehst du? Weißt schon, dass du in Standys Pisse sitzt? Ich werde dich fertig machen, Stanley. Ich bin eine gute Lehrerin. Ich bin eine richtig, richtig gute Lehrerin. Das ist wieder eine normale Klassenfahrt. Perfekt. Du wirst eigentlich flyen. Wisst ihr das? Von wo ist die Jacke? Von Stanley. Ein richtiger Stanley Junior oder ein Stanley Senior? Wussten Sie, dass das alle wieder da sind? Was? Frau Bra, TJ, Julius, die sind alle wieder da. Ich habe Frau Bra gefeuert. Ich habe alle nach Hause geschützt. Gib sie mir ab! Komm, komm! Gib sie mir ab! Was machst du nackt in meinem Bett? Weil ich wusste nicht, wie ich es dir sagen sollte oder überhaupt wann. Ich bin ab morgen nicht mehr Teil dieser Klasse. Das mit uns wird nie wieder etwas. Du bist alles, was ich in meinem Leben möchte. Dein Jesus! Ich muss jetzt noch was erledigen. Es ist schön, dass du da bist. Ich habe diesen Fleck, der will einfach nicht rausgehen. Das ist dein Nippel.